Kommentar Chef im Bundeswirtschaftsministerium ist ein Jurist. Und das merkt man. Die Abwesenheit jedweder ökonomischen Expertise drang dem Minister in der letzten Woche förmlich aus allen Poren, während er in Berlin seine strategischen Leitlinien für eine deutsche und europäische Industriepolitik vorstellte. Eine Agenda mit dem anachronistischen Titel Nationale Industriestrategie 2030. Dass der Nationalstaat wirtschaftspolitisch gesehen keine Zukunft mehr hat, sollte gerade uns Deutschen als Mitglied einer supranationalen Staatengemeinschaft, die noch dazu über einen gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum verfügt, nicht entgangen sein. Doch nicht nur der Titel von Peter Altmaiers staatswirtschaftlicher Doktrin ist von vorgestern, ihr Inhalt ist es auch. Jedes Mal, wenn der Markt versagt, und das tut er nach den Visionen des Juristen Altmaier immer dann, wenn er es nicht vermag, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, soll der Staat dem Markt sagen, was zu tun ist.